Dieter Bohlen ist hart im Nehmen. Als ihn eine Kandidatin in der dritten Castingshow von Deutschland sucht den Superstar übel beschimpfte, lächelte er die Beleidigung weg. Wesentlich angefasster reagierte er auf eine Sünde seines Ziesons und Jurykollegen Pietro Lombardi. Es läuft bei Deutschland sucht den Superstar. Die Kandidaten sind sensationell, diesmal bekam die 19-jährige Anna-Sophia Dück für ihre tolle Leistung die goldene CD von Loredana, bis abgrundtief schlecht. Punkt Business als Jujul. Und bisher war sogar fast durchgängig pure Harmonie in der DSDS-Jury angesagt. Punkt Da spielt vielleicht auch das Ambiente in der Wohlfühl-Sponsor-Oase vom Europapark eine Rolle. Punkt Dieter Bohlen empfand ein bisschen Urlaubsfeeling. Dann entfesselte ausgerechnet er ein kleines Sturmtief. Auslöser war Abu Habib, 36. Der hat es bei TikTok zu einigem Ruhm und mit seinem Song Lockdown auf 58 Millionen Aufrufe gebracht. Punkt Dieter Bohlen fand das damals so geil, dass er mit Pietro Lombardi eine Parodie aufnahm. Wir haben das nachgemacht und hatten über drei Millionen Klicks. Die Freude war kurz, so Bohlen, dann hat Pietro, der Blödkopf, das gelöscht. Punkt Dass es ein Versehen war, beruhigte den Pop-Titan nicht, ich war so sauer, dass ich alle unsere gemeinsamen Sachen gelöscht hab. Punkt Reality Star will sich DSDS auf den Hintern tätowieren lassen. Aber das lief dann doch unter Schnee von gestern. Aufregend waren auch die Darbietungen von heute. Neben Anna-Sophia Dück, Loredana, ich glaube, es wird keine bessere geben, überzeugte vor allem Philipp Maters. Punkt Der hätte von Bohlen auch meine goldene bekommen, wenn er sie nicht schon verschenkt hätte. Punkt Bei Beatrice Egli förderte er ganz andere Gefühle zutage, das geht tief. Auch Marie Grafik überzeugte mit einem Medley und dazu exorbitanter Tanzerei, Bohlen. Emilia Thorman kam wegen einer super Leistung, Lombardi, und besonders toller Schluchzer an der richtigen Stelle, Bohlen, weiter, und Nando Mistel machte Bohlen glücklich, weil er wirkt wie ein kleiner Justin Bieber und auch noch so gut singen kann, jawollo, du bist gekauft. Erfolgreich, sichtbar am blauen Recall-Zettel, lief es auch für Reality-Star Roland Bartsch hot oder Schrott, der sich, so Bohlen, weder Erwartengut an Holapalu versuchte. Punkt Sein Weiterkommen kann aber schmerzhaft werden, denn Bartsch will sich für jede Runde einen Buchstaben von DSDS auf den Hintern tätowieren lassen. Das D wäre also schon mal fällig ausrufezeichen. Joka Bohlen rettet Kandidat, Lombardi ist darüber entsetzt, vier Jahrstimmen bekam auch der Südafrikaner Werner Müller, der mit Jussi, Loren Degel, Beatrice Egli mal wieder vor Rührung glänzende Augen bescherte. Punkt Ja, und auch TikTok-Entertiener Abu wird im Recall singen. Er hatte sich aber auch richtig ins Zeug gelegt und mit einem Medley aus vier Songs seine Vielseitigkeit angedeutet. Ich find dich so geil, jubelte Bohlen und gab, wie die anderen, aus dem Herzen sein Jahr. Zittern mussten dagegen Micky Devin Smith und Gabriele Rizzo, denn nach beider Vorträge stand es nach Jury-Stimmen unentschieden. Punkt Aber sowohl Musicaldarsteller Smith als auch der Schweizer Rizzo hatten die richtigen Joker gewählt. Smith verhalf Bohlens ja eine Runde weiter, worüber Lombardi regelrecht entsetzt war. Punkt Rizzo konnte sich auf seine Landsfrau Beatrice Egli verlassen, mein Schweizer Herz ist weit offen. Schweizer halten zusammen. Nicht so doll lief es für Agatha Mongio wie Bonaphe. Die war zwar überzeugt, eine Cousine dritten Grades von John Mongio wie und zudem vom lieben Gott außer Corinne zu sein, der hat mit etwas mitgegeben, um es zu verbreiten mit der Botschaft Liebe. Punkt Agatha, seit Jahrzehnten als die war Agatha auf Bühnen unterwegs, zeigte sich von Bohlen angetan, ein klasse Typ, ich schätze ihn sehr. Das änderte sich schnell. Punkt Punkt desses und oh